Hallo, da bin ich wieder in Ace of Spades und ich rede hier mal so rein, ich glaube, ihr hört die anderen eh gerade nicht, aber die hören mich und die kommen sich bestimmt gerade ein bisschen komisch vor, weil ich hier einfach so die ganze Zeit so reinquatsche. Und wir spielen hier gerade Ace of Spades, sieht man ja, und da ist der lieber Kobold, hallo Kobold, verneig dich von mir. Genau, Alter, was willst du denn? Stress? Also wie viele sind hier noch mit zwei, äh, noch mit mehr? Kommen denn alle her? Auch gut, hallo Ivan. Mensch Kobold, ey, du bist auch unfähig. Da ist, da ist auch einer, den kriege ich, hallo Ivan, hallo Ivan, bist du bekifft? Bist du bekifft? Nein, ich bin nicht bekifft. Alter, irgendwie leckt der Server hier gerade ein bisschen rum. Kann das sein? Also ich habe gerade schon am Arken eine Runde aufgenommen und da ist mir das Server komplett abgeschmält, also uns. Hallo. Alter, die Karte ist ganz schön groß. Hallo, Benno. Hallo, Benno. So, weg wirst du. Nein, 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 nein. zwei jahre lang es gibt es doch gar nicht alter 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 es gibt ja gar nicht kowalde trete ich mal um hallo hallo sehr ruhig ich kann laufen wie ich will ist mir egal auf dem tipp geben willst also ist jetzt bestimmt ein bisschen komisch wenn ihr gerade glaube ich nicht skype hat die gerade selber gar nicht in der aufnahme ich nehme das nicht mit auf weil es hier gerade ein bisschen zu kunterbunt ist und das ist ein bisschen blöd wenn ich darauf antwort ich guck jetzt nicht auf die karte ok vielleicht doch dann habe ich den jetzt erst mal getroffen ich nehme natürlich nicht die volle zeit auf also 90 minuten er ist gerade schon auch schon spät in der nacht keine ahnung wie spät kurz vor 10 ernst verdammt dann heißt ja die nacht noch lang also pf christi lei oder hast ihn gar nicht getroffen ach ach so du hast bando getroffen du nervst alter no jumping schon wieder stimmt wenn man wenn man nicht sprintet dann kann man springen alter wie die da alle nebeneinander sitzen zu dritt wie niedlich so drei köpfe nebeneinander hallo das gibt es ja gar nicht ja ne ich glaube die drucken sich dahinter immer also er hat also ich treffe hat gar nichts also also kobold hat gesagt simultan übersetzung kubold hat gesagt er hat sich die gtg force 67 ja also wenn interessiert ihr könnt ihr in die kommentare schreiben oh toll ja es interessiert mich ja so mega nicht ja ich ist der daumen unten ja keine ahnung dann sieht dann nichts so versuchen wir ein bisschen so rein zu quatschen tschüss bendo ja ich bin da habe ich einmal umlaufen ich habe es mal versucht aber hat nicht so ganz geklappt alter meine hand ist schon rund von den ganzen sprig leertaste drücken also wir spielen jetzt hier schon glaube ich vier stunden am stück alter ich hasse diese spielmodus war also nur so kack waffen hat okay das findet ihr die waffe geil ist mir egal ich bin da außen vor ich finde ich scheiße kong 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 eine pizza alte sie eigentlich lecker aus ist das so eine salami pizza dominik dominik darf nicht nervt nicht nein nervt nicht jetzt bist du denn ja ich mache doch ich versuche sie zu treffen aber ich treffe nicht doch doch nein ist keiner ich habe mich entdeckt ja das war ein grüner das war ein grüner der hat sich angetrunken der blaue war ein grüner der hat sich angetrunken der ist jetzt auch blau das ist gerade zu kobold kobold gesagt also man muss wissen hier wir sind in der konfig mit banana jona mit bendo und mit kobold die herobin und jp die keine ahnung wo die herkommen halt aber wieso wieso sind sie zu viert und zu zweit total unfair weil es kann tschüss ich verkrafte ich habe mir gedacht ja du siehst mich auch nicht aber der kirse ist auch gemacht irgendwie der sieht so richtig so richtig original fettig meister meister ok also es ist nur ein geficktes bild wenn ich jetzt sage dass ich jetzt versuche von der anderen seite zu kommen kommen dann wäre das ein bisschen blöd ich treffe ich treffe war war tschau alter alter ich komme schon wieder für vier punkte wir hatten vorhin eine richtig geile runde habe ich leider nicht aufgenommen da haben wir uns gekillt alter wir hatten hinterher alle so circa 20.000 punkte ja das wirklich nicht schlecht so noch einmal renne ich rüber und dann dann habt ihr angst der sage ich euch das ist ein bisschen flüstert die das nicht schön hat sie mich kubalt kubalt also sie hören mich doch ich kann ja keine betriebsgeheimnisse ausplaudern lauf nicht so rum alter trefft hat keine so gibt es auch gar nicht der baut schon wieder das ding hoch jp hat euch schon länger eine scheitert aber witziger typ zu sein hallo jp tschüss jp tschüss bendo danke bendo hast du gerade wirklich gesagt was zu noobs was für noobs hey ähm sollten pst kubalt sollten wir nicht eigentlich dieses komische vip täschchen holen wir machen hier ganz normales deathmatch alter aber wir haben die meisten punkte guck dir das mal an ja mit diesem gnaden schuss von bendo in den rücken damit ja von dir weiß eigentlich doch ach so ja ja von jona sorry 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 mit diesem gnaden schuss verabschiede ich mich von dieser folge schreibt in die kommentare was euch gefällt was euch nicht gefällt ja schreibe auch schüsse kommentare die ich glaube die folge kommt erst morgen für dich also gebe nicht auf die nerven also dann bis zum nächsten mal tschau pap so tschüss